Einen fröhlichen St. Patrick's Day wünsche ich euch. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das eine gute Idee ist, ob ich weiter spiele, weil ich habe schon einiges getrunken. Die Frau hat Daniel als Alkoholisten bezeichnet, was schon für ziemliche Belustigung gesorgt hat. Oh mein Gott, Earth Catacombs. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und für meinen Fail entschuldige ich mich schon mal, falls das schon mal passieren sollte. Ach du Kacke. Wieso laggt das denn? Wieso springe ich? Was ist denn hier Karot kaputt? Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Ey. Wuhu. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Es tut mir leid, Leute. Fuck. Ey, sag mal. Ja, ich finde das gerade eher lustig als irgendwie peinlich. Ey, sag mal. Also mittlerweile finde ich es eher nervig. Ganz ruhig, ganz ruhig, Dombie, ganz ruhig. So. Wuhu. Wuhu. Dich nehme ich mal mit. Weil du einen geilen blauen Panzer hast. Sag mal. Ey. Fuck. Ah. Ich darf failen. Ich habe was getrunken. Aber nicht so arg. Ey, das soll nicht zum Leidwesen meiner Zuschauer sein. Ey. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich was getrunken habe. Äh, äh, dass ich besoffen bin oder so. Ich bin zwar angetrunken, ja. Aber noch kann ich klar denken. Bleib da. Also langsam bezweifle ich auch stark, dass ich... Oh, Lich. Oh mein Gott. Ah. Ninja Klempner, komm. Ich, äh, sorry. Ich muss jetzt hier ein bisschen... einen hohe wegen Safe-State-Abuse machen. Mmh. Und Luigi ist grün. Das ist perfekt für... St. Paddy's. Ah. Was ist denn? Great tip. Walk slowly. Na gut. Oh wei. Ich hab's gesehen. Dankeschön für den Tipp. Ich werde's mir merken. Aber vorher hole ich mir noch diesen Lebenspunkt. Bäh, 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 bäh. Ja, walk slowly hier. Because of this fucking Mole. Und this fucking Bullet Bill. So. So. Stripe. Weil ich so sch... Ich, ich, ich entschuldige mich schon mal für dieses... ...Geläge, weil ich hab grad keine Ahnung, woher das kommt. Und... Ich hab doch eigentlich gar nichts... Offen? Und... Ah. 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 Ey, du scheiß Cooper Trooper. Ha. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gefahr erkannt, Gefahr in Gefahr reingesprungen. Pff. Fück. Hätt' ja klappen können. Fück. Nochmal. Ah. Sag mal. Notiz. Ich geh da oben rum. Ach, kommt. Kommt. Raus hier. Das war, glaub ich, gar eine gute Idee, da reinzugehen. Exit. Da geht's. Dun, da, da. Da, 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 da. Ja. Da geht's bestimmt noch weiter. Underwater Mini 4. Ich hör Chucks. Caution, don't fall on the water. Was, 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 was? Heart flow under your... Ab, 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 ab. Da. Die. Huh. Wow, wow, wow. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Shit. Da. Oh Gott. Oh Gott. Fück. Fück. Wow, wow. 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 Ha. Ah, safe state abuse for life. Das ist ein Quetsch zwischen einem Shy Guy und einem Mole. Es tut mir so verdammt leid, Leute. Zumindest ein bisschen. War... Das ist... Cool. Kann ich euch damit neu zollen... Jawoll. Die, bitch. Die. Hoi. Na, und ein Scrolling-Level auch noch. Lade muss ja natürlich sein, ne? Kommt, ich hab ein fettes U-Boot. Hiha. Hey, das war so ein kaputter Abend, dieser Patrick's Day. Ich fand's lustig. Oh, Mann. Was denn jetzt wieder? Kann ich euch irgendwie... Ah, okay. Ich kann euch neutralisieren. Das heißt... Wenig Sorge für diesen Dax. Ihr schaut ungesund aus. Ich glaube, ihr habt zu viel getrunken. Äh, 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 äh. Hä? An was bin ich denn jetzt gestorben? Och, komm. Bloß, weil ich... ...einen Millimeter zu weit unten war. Ich schieße schon mal im Voraus. Aus Misstrauen. Knochentrocken. Natürlich kann man Knochentrocken nicht damit töten. Weil Knochentrocken ist ja epic. Ähm, warte mal. Wie ging das? So. Hihi. Ähm, Knochentrocken. Danke. Ah. Bam, bam, bam. Ey, ein Leben. Ich glaub's nicht. Oh, 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 oh. Raus hier. Na. Kommt. Oh, kein Screen. Incomplete Level. Ja, spielen wir diese Incomplete Level? Äh, ja. Soll das etwa heißen? Ich hab Drama Mystery jetzt durchgeschafft. Shit. Shit. Ja, ich weiß. Danke. Äh, wenn ja, dann, äh, bin ich, äh, jetzt ganz wuschig drauf. Eigentlich, dass Drama Mystery sieht mal bald voll wird. Äh, das ist wirklich fertig. Na toll. Was für ein Video. Sieben Minuten. Ich bin da reingedrückt. Oder? Keine Ahnung. Ähm. Ähm, ich spiel jetzt trotzdem nochmal die Earth Catacombs. Weil da gibt's ja anscheinend zwei Ausgänge. Mal schauen, ob ich's jetzt find. Wenn ja, dann, äh, schön. Wenn nicht, dann mach ich das off-camera. Also einen Teil wird's wahrscheinlich noch geben. Mir fällt grad auf, dass ich diese Level vorhin nicht mochte. Ähm. Ey, wow. Ähm. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ey, du, dummer Cooper. Fuck. Ähm. Ja, genau. Ich werd die Levels off-camera spielen und sterben. Und die Levels dann im Video neu, also aufnehmen. Wenn ich diese besagten Secret Exits gefunden hab, weil ich will euch nicht mit, ach, mit diesen nochmal neu Levels Gespiele langweilen. Und das erspare ich euch. So ein netter Dachs bin ich. Wuhu. Ich wär eigentlich für... Oh. Brrr. Oh Gott. Lasst mich doch einfach diese Level beenden. Save. Ninja, Ninja, Ninja. Save. Jump. Und Schuss und Schuss. Und nochmal Schuss. Ich bin froh, dass mich das Ding grad nicht getroffen hat. Nein, diesmal nicht. Ähm. Geht's hier drauf? Ah, okay. Ey, nur... Warte mal, nur neugierde technisch. Okay. So. Hallo Wump. Hallo Kleiner Wump. Nochmal Hallo Kleiner Wump. Lass mich mal bitte da durch. Vielen Dank. Hihi. Die. Nochmal Die. Ja. Das kann ich gebrauchen. Äh. Grüß Gott. Ziffix. Ziffix. Naja, das ist ja optimal. Langsam gefällt mir das hier. Der Weg gef... Ah. Den Weg find ich viel besser als den anderen. Na gut. Ui. Äh. Wup. Ähm. Hopp. Hopp. Jawoll. Fuck it. Ich hab einen Pilz. Ich bin auf Pilze. So. Gibt's hier dann sozusagen ein... ... ... ... ... Dammit. Jetzt komm. Hahaha. Win. Noch drei Fails. Save. Ui. 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 Na. Das war ja so... Ach. Weißt du was? Screw this! Ähm. Bitte nach oben. Kommt. Hopp, 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 hopp. Ich bin ins Bett. Äh. Das Üble ist ja... ... ich hab ja morgen Frühsch... ... äh. Mittlerweile heute Frühschicht. Ich muss um neun auf Arbeit sein. WTF? Und was mach ich? Ich spiel Drama Mystery. Nja. Ich sehe, komm. Das wird eine lustige Frühschicht, mit der ich... ... äh. ... bei der ich nur mit Espresso wahrscheinlich klarkommen werde. Äh. Ich mag dieses Turtel. Und ich mag seine Brüder. ... äh. So, bitte, geh weg. Ich mag das nicht. Ta-da. Ta-da. ... äh. So. Vielen Dank für diesen wunderschönen Pils. Ich bin sehr beeindruckt. Vielen Dank, Bill... ... blablabullet Bill, dass du mir... ... in meinen Anus geschossen hast. Aber ich bin mehr auf safe, weißt du. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ach du Kacke, ach du Kacke. Äh. Schau, schau, schau. Puff. 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 Oh Gott, oh Gott. Oh mein. Oh mein. WTF. Oh mein WTF. Oh mein WTF ergibt keinen Sinn. Ich nehm dieses Springboard einfach mal mit. Und ich weiß zwar nicht wieso. Und es laggt schon wieder. Und ähm... ... dieser Pokey hier... ... äh... ... ist irgendwie... ... doof. Ich find den total doof. Ach, jetzt weiß ich gut, so ich das Springboard brauch. Oh du dummer Chuck. Ich will meinen Pils. Guter Nett. Sag mal. Wo ist denn hier bitte der Secret Exit? Was soll's? Dann haben wir jetzt mal den Alternativausgang besucht. Und die Secret Exits besuche ich... ... oder suche ich, sagen wir es mal so, ... ähm, off-camera. Ein Part wird noch kommen von Drama Mystery. Und dann ist das scheinbar schon abgeschlossen. Ich hab auch schon ein nächstes Let's Play Projekt... ... Projekt? Lasst euch überraschen. Ähm... Es wird was ganz anderes sein als... ... als diese Mario Hacks. ... oder diese... ... Spaß... ... ähm... ... Let's Plays, die ich gemacht hab. Eigentlich hab ich ja nur Mario und Parodios gemacht. Allein. Naja. Ja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich wünsch euch auch noch einen fröhlichen Tag... ... und genießt den St. Patrick's Day noch. Oder... Ne, der ist ja schon... ... an sich ist er ja schon vorbei, aber ich bin sicher, ein paar von euch war ja noch. Also dann, lebt wohl. Ade.